Hola hombres! Mamo Gamma Folle! Habla Español! Nichts seguto como ya stas! Willkommen zu einer neuen Folge Skywars Ich hab Tank, gut zu wissen Für die die sich jetzt wundern Hey warte mal, der schießt doch gar nicht da Das stimmt, das ist Tims Account Tim hatte mir so eine generelle Erlaubnis gegeben Wenn er nicht da ist und ich generell aufnehmen möchte Dass ich immer auf seinen Account darf Deshalb bin ich jetzt auf seinem Account Weil er hat alles gerne was Kids, er kann sich nicken Und ich werde auf meinen Main nie gefokust Aber trotzdem Es ist halt einfach chillter Wie gesagt, ich wollte in den Ferien einfach mal ein bisschen mehr machen Oder? Du bist auch der letzte Lappen, oder? Ich wollte halt einfach mal in den Ferien wieder ein paar mehr Videos bringen Weil ich jetzt auch einfach nicht allzu viel noch für die Schule machen muss Moment mal, es sind Ferien und du musst nichts für die Schule machen Mensch, das hätte jetzt wahrscheinlich keiner gedacht Ich find das jetzt super korrekt Wenn die jetzt noch die Blöcke drin wären Nee, aber Die gleichen Potscher Zwei Schuhe Dankeschön Und Der Boy wird gezogen Es war in diesem Moment, er wusste Er wusste Äh, geil! Danke, danke, danke! It's been a long day Without you my friend Eine neue Runde Vielleicht wird's ja diesmal ein bisschen mehr Jetzt auf der Map Palermo Ja, die sieht schon mal vielversprechender aus Diesmal keine EP Aber die hat uns letztes Mal auch nicht allzu viel genutzt Aber ich wurde halt auch dummischgehend von den Gegnern Letzte Runde gefokust Fand ich eigentlich so richtig korrekt Oh, leise! Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus Warte mal ganz kurz, wo hab ich meinen? Da Ja, gut, ich glaube Tim ist auch nicht sauber, wenn ich seine, äh, Stats ruiniere Weil, die sind ohnehin nicht allzu überzeugen Ich hab 11 G, äh, 11 Dias Leute, was ist das für ein fucking Sound? So leicht macht man das? Ähm Ja, ich würde mal vorschlagen Hose und Schuhe Macht am meisten Sinn Jetzt bin ich voll lieb Kann ich tatsächlich mit leben? Ich glaube, den Steve sollte man tatsächlich bekommen können So jetzt wird der Steve einfach mal ganz kurz Ge-o-o-men-können So jetzt wird der Steve einfach mal ganz kurz ge-o-o-men-können Hu-ach So, genau, danke It was at this moment he knew He fucked up Danke, boi Nein So, vielleicht wird diese Runde etwas besser Wir equippen uns mal Baby, tell me one more beautiful life One touch at night in night I feel the heat as we collide Like a fever that feels awry So, baby tell me one more beautiful light One touch at night in night So, baby tell me one more beautiful light One touch at night in night Joa, also so Fuldi mit Enderperle und 4 Heal Pots Nehme ich tatsächlich Noch 1, 2 und noch mehr mehr Boah, das war sogar knapp Irgendwie, ich sollte aufhören In SW zu igeln Irgendwie 95% Meiner Tode sind einfach nur, weil ich es nicht schaffe Vernünftig zu igeln Und die anderen 5 wegen Inkompetenz Und schaffe ich Ja, easy Die Sache ist sie Er hat gerade Dadboy hat ein besseres Schwert als ich Aber dafür Nur Gold Boots Aber ich glaube Fightet der Ah, da fightet den Stick Und FedRoth, danke schön dafür Ja, gut Der fight ist schlau Er wird jetzt einmal Ich glaube, er wird warten, dass ich einmal innen oder außen laufe Ja, einmal Turn mache ich kann Und dann Was? Oder erst mal Crusty Oder wie? Alter, Lappe Wenn ihr auf der Meinungsleiter das Spielt haben wie die 8 letzten Lappen Dann würde ich mich auch drüber like, komisch ein Abonniert sie, freundlich Ich wünsche euch noch einen Schönen Tag Bis dann Ciao Ja, ganz schön H extra H extra Schönen Tag Dich